Das ist Philipp. Gut in Mathe und Englisch. Und er kickt ganz gern. Aber er sitzt auch ziemlich häufig vor dem Bildschirm. Er ist verrückt danach, von klein auf. Philipp, sagten seine Eltern, was soll nur aus dir werden? Und Philipp meinte, IT-Administrator bei Fuchs. Oh mein Gott, warum denn ausgerechnet das? Weil es riesigen Spaß macht, Probleme zu lösen und hinterher die Anwender glücklich zu sehen. Und auf der Erde? Zeit für mich. Auf dem Fußballplatz oder in der freien Natur. Fußball und Natur? Ernsthaft, Philipp? Ja klar. Und ab und zu auch noch zocken. Mehr zu Philipps Geschichte findest du auf fuchs-söhne.de slash philipp